Was geht, Freunde in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich sag euch jetzt schon, ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendein Filmserie oder ist das einfach nur frei erfunden? Oh mein Gott, warum schmeißt ihr den über Bord? Und ein Plattenspieler? Was geht hier ab, Alter? Hä? Ja, Luft. Ja, Gravitation ist was Schreckes, wenn man irgendwo runterspringt. Sonne? Ja, ich brenne auch immer direkt an, wenn ich in die Sonne gucke. Die Frage ist eigentlich, warum gucke ich überhaupt in die Sonne? Ich will so ein Fahrrad, das ist ja besser wie jedes E-Bike. Dieser Sound, wie so zwei Fische, die auf den Boden klatschen. Warum klatschen die überhaupt auf den Boden? Das war nicht mit dem Fahrrad, ne? Äh? Oh, das hat aber geknackt, Junge, der hat immer alles gebrochen. Und das durch einen Zusammenschluss mit dem Fahrrad. Überform mit dem Fahrrad. Oh. Junge, er kommt einfach mit dem Jetpack in den Tauchglocke. Was? Diese Helme nennt man doch Tauchglocke, oder? Hm. Taucherhelm, Tauchglockenhelm. Einfach aus, netzig, klauen mit dem Fahrrad. Und jetzt, der soll was bringen? Oh, nein. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich das als Kind so gern geguckt habe. Allerdings, heute läuft ja, glaube ich, so eine 3D-Verfilmung davon. Keine Ahnung. Aber damals war es halt noch, glaube ich, Stopp. Äh, Motion, ne? Mit Thomas die Lokomotive. Aber damals fand ich das irgendwie echt nice. Was, das war's? Oh, das war aber kurz. Okay, aber es war trotzdem verdammt cool. Warte mal, kommt noch was? Nope, leider nicht. Ey, das war trotzdem voll cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. Diesmal schiebe ich und bin damit raus.